Aber, gebt mir noch 10 Minuten. Findet ihr eigentlich mein T-Shirt schön? Gibt's für 15 Euro Merchandise. Okay, also hier funktioniert nix. Alexander, sag mal was übers Talkback. Es geht immer noch nicht, oder? Okay. Wer hat einen guten Ratsch, auf dem zweiten Ratsch? Leer Koerlitz. Geht's? Ein Kind, ich bin ein Ar 할, du am 2 Euro? 10 Euro. 10 Euro? Ja. Die noch zehn Stunden! Das war's für heute. Das war's für heute. 2-3-3-3-3-2-3-3-4-3-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5. Dann geht ja alles los. Also, ich bin froh, dass man gleich mal dafür gönnt. Ich denke, dass ihr durch den Stabstrecken zu gönnt. Jo! Wir feiern hier schon mal die Weimarungsstab vor. Also, lasst krachen! Deutschland! 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 Deutschland!